Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfilled Plays bei einer weiteren Runde Heroes of the Storm. Ich bin jetzt noch einmal als Unterstützer unterwegs, versuche jetzt aber auch mal wieder was Neues, weil ich mich ja da eher so ein bisschen ausprobieren, reinfinden möchte. Nach wie vor bin ich eigentlich in sämtlichen Matches levelmäßig das Schlechteste. Daher kann ich da ziemlich hemmungsfrei reingehen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja gut, guck mal einfach mal was... Ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir einfach mal hier oben mit. 4, 3, 2, 1 Dann wollen wir mal. Alter Schlepp, was ist da für ein siltsam fliegende Teppich am Start? Ich klicke sie schon wieder zusammen. Symbiotische Verbindung hergestellt. Du verbessert. Ich ganz schön, ich bin jetzt noch ein Lieferien. Ich kann das nicht kommen. Die Zeitung. Die Zeitung wird auf den Boden gefräß. Ja, sie besitzen sind. Einige gegen die Zeitung. Schlepp es gut. Ich bin jetzt sicher, dass du auf den Boden geflirtest, ich bin jetzt nicht mehr dran. Ich kann das nicht aus. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt schon mal hier. Ich bin jetzt gleich tief in dir sein. Ich bin jetzt schon mal zum Beispiel. Ich hoffe, ich bin jetzt schon mal hier. Und jetzt war ich das nicht mehr so. Das war's für heute. Oh mein, die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Die Signale sind aktiv. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber. Das ist nur ein Kunde. Die Signale sind aktiv. Die Signale sind aktiv. Das kann jetzt ein bisschen mehr tun. Sequenzen verstärkt. Die Kugel ist in der Kugel. Was ist das? Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Das ist gerade so überhaupt nicht meins irgendwie. Das ist gerade so. Das war's für heute. Es ist... Uff! Alter! Der geht aber auch rein. Der spielt das nur zum ersten Mal. Der spielt das auch nicht. Der spielt das auch nicht. Der spielt das auch nicht. alter schlappen er ist echt gut die Signale fahren hoch und die Schäden werden lang geschlürt die Signale sind wieder aktiv übernehmen sie die Kontrolle dabei bevor der Weinten ruft die Signale sind wieder aktiv die Signale sind in der ersten die Signale sind in der ersten die Signale sind in der ersten Schlappen Das war's für heute. Das ist eure Gewalt. Ich kümmere mich drauf. Versteigt. Verbessert. Gut gemacht. Vor allem der Brauers. Stoß, jetzt! Wir haben ihn! Organismus war natürlich bei dir! Du bist der Service! Gar kein Problem! Wir nehmen vor Auszeit! Wir haben weniger Schattenkarten, wie er bleibt, mit der Gegend! Ein schwacher Mensch! Gegner, ausgeschneiden! Gern geschehen! Arschbert! So, das war's! Auf nimmerwiederschauen! Wir sind gerettet! Er hat gedrückt wie Sau! So, ich hab mal die Quest hier abgeschlossen, hab jetzt endlich hier was weiß ich was gekriegt! 300 Gold sogar nur in Anführungszeichen! So, dann guckt man mal! Die ganzen Normalen habe ich jetzt schon! Janna müsste ich noch spielen! Dann krieg ich noch ein bisschen! So! Eine Sache habe ich noch! Wir machen mal eine Kiste auf! Die habe ich jetzt bekommen! Die habe ich jetzt bekommen! Was gibt's denn Tolles? Naja! Ich hau mich jetzt total vom Hocker! Ja! Warum nicht? Ja! Lass mal einfach mal so! So! Dann würde ich sagen, ihr Lieben, das war's für heute! Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei! Macht's gut! Bis dahin! Bye, bye! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!